Ich bin genauso scheiße wie du. Nein, bist du nicht. Ich bin auch Silber 5-MMR. Oh, ich bin ein Slow-Post, Alter! Egal was es ist, ich werde halt so oder so radieren, ja. Radiert einfach alle weg. Der Brand hat Silber 2-MMR mit der Füße und der andere gar nichts. Keiner mehr, Alter. Ist ja egal, ich radier den trotzdem. Du radierst den trotzdem, Alter. Ich radier den so übertrieben, Alter. Oh mein Gott, ich hab 30 FDs, what the fuck. Du hast heute wieder mein Stift geklaut. Du brauchst sicher. Es ist mein einziger Stift. Ich kann mein Hauptkammer deswegen heute nicht machen. Du kannst einfach morgen sagen, boah, Alter, ohne Scheiß, mir geht Ohren, wie man so auf den Sack, ne? Das sind solche Furen. Ja, aber du sag das mal morgen. Ja, mach Schaden! Ja, mach ich ja. Danke, dass du tankst, Raschim. Finde ich echt korrekt. Warte kurz. Ich hab kein Leben mehr. Ja, hast du auch vorhin. Dick Alter. Alter. Geil, ihr habt drei Minions genießt. Willkommen in Silber. Trade gewonnen. Boah, May won. Will der machen? Direkt den Pott genommen. Und ich hab Ignite. Leute, das Half-Life hast du gemacht? Ich bin chill, Alter. Warte, ich muss gar nicht lasten. Ich raste die einfach. Ey, cute, Alter. Ich komm vorbei und gank dich. Ja, ich komm vorbei, denn ich hab Stoff und Stoff. Alter, mein... Ich hab Stoff. Ich hab Stoff. Was ist dieser Bot, Alter? Was ist das für ein ADC? Der geht einfach rein und denkst so... Ich bin einfach Twitch und ich... Er ist ja tot. Wo ist der? Der ist sofort gestorben! Nein. Das glaub ich dir jetzt nicht. Der ist in Level 1 gestorben, der Wichser! Der kann nichts! Ah, ist ein Bation! Guck mal, ich bin einigermaß kompetenter Supportner und ich hab einen ADC, der, keine Ahnung, Tabak zum Mittagessen schlürft. Hm. Schlürft, Alter. Der ist so scheiße, ne? Der wurde im Kindergarten abgelehnt. Guck mal! Ich töte mehr als der! Und ich bin der Support! Wichser, Alter. Fahr mal bitte jetzt, Alter. Ja, ich farm jetzt auch, Alter, ich baue ADC-Bad. Fuck, Alter, wir können ihn nicht unter dem Tower verhindern, wir haben ihn nicht zu kranken. Dann geht doch mal weg! Ja, ich hab's euch gesagt. Ja, wir haben sie auch nicht gefeiert. Ich freu mich, ich war nicht da! Warum machst du nicht da? Ich dachte, er ist schon da. Jungs, wir müssen uns beschneiden! Ja, dies, Alter, wo seid ihr alle? Hier. Kein Ding. Mach den mal ganz kurz. Jetzt werden ihm schon nicht helft. Mach mal! Aschi! Ihr Live-Steel ist einfach zu hart, Alter. Nein! Gerollt. Was macht der Twitch denn? Ich muss die Basis halten, Aschi. Was? Ich muss die Basis halten, Aschi. Hm. Nein, nein. Was? Komm rein, 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 rein! Okay, rein, 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 rein! Chill, 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 chill! Nicht drauf! Nicht drauf! Nicht drauf! Und danach... Twitch will defend, Mann! Twitch will defend, Mann! Twitch will defend, Mann! Top-Lane, 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 Top-Lane! Mild! Ich bin direkt gestorben! Ey! Ohne Witz, Alter! Wo ist unser Team? Wir chillen mit und machen die Minions, Mann! Was seid ihr denn für Spasten? Was ist das für eine Elo? Halt's Maul, du Hurensohn! Alter, da spiel ich einmal halbwegs normal! Junker, ich kann ihm please beat another Hero. We already have two D.E.S. Sneaky Sneaky! We need a second tank. Boop! Ah, was kann ich denn noch bauen? Was, was gibt's die für... Thank you! Boah, Junge, bau dir mal irgendwas, was dir ein bissl Intelligenz gibt! Kann ich mich ein Booth bauen? Oh, ich miss mein Gott, Junge! It's me! Leute, was macht das? Leute! Geh, geh! Lass! muss macht das astronomisch sein werden! Lass uns für die Idee Love!